Es kann auch länger dauern, um das alles zu beantworten. Genau, wo war ich? Einige Sachen müssen dann auch passen. Es sind vielleicht so diese offenen, geselligen One-Touch-Mainzer irgendwie ein bisschen zu viel für die zurückhaltenden Dänen. Eigentlich muss es ganz gut zu uns passen. Ja, Mist, jetzt wird es schwierig. Zumal die Temperatur hier auch so bikini-esk ist. Was dann in die U16, die U17 und jetzt die U19. Jetzt könnte man natürlich fragen, wann übernimmst du die Profis beziehungsweise wechselst zum BVB.